Musik Mein lieber Specht war das eine schöne Wanderung, bei zweistelligen Plusgraden und Sonnenschein. Die Tour zum Küpfelsen ist eine 12,8 km Wanderung mit knapp 550 Höhenmeter und einer Dauer von 4,5 Stunden. Der Schwierigkeitsgrad wird mit Mittel angegeben. Die Tourbeschreibung findet ihr wie immer unten in meiner Videobeschreibung. Also, los geht's! Guten Morgen, Freiburg kurz vor 8. Ich starte jetzt meine Wanderung gerade von Freiburg Bahnhof Vire zum Küpfelsen und wieder zurück. Das Wetter ist super, wolkenfrei und momentan 3 Grad plus. Und es soll ja noch wärmer werden. Ja, schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Ich werde mal. Ich werde mal nicht. Da ist das Kino. Ich werde mal. Ich werde mal. Und es soll ja noch draußen sein. Ich werde mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt habe ich es gleich geschafft Ich bin gleich oben am Schelzen Also noch ein paar Meter Ich bin gleich oben am Schelzen 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 So, die letzten paar Meter noch Und dann bin ich wieder am Ziel Am Badhof Bire Es war wie immer Eine super Tour Ich bin gleich oben am Schelzen Ich bin gleich oben am Schelzen